Musik Ja, Veronika Kottrupa, damit wir doch den Vordernamen haben, meine Lebenspartnerin, ist selbstständiger Coach seit 2006, arbeitet nach dem lösungsfokussierten Ansatz, sie hat auch an der PEW studiert, lösungsfokussiertes Management, Coaching und Management und ist seit 2006 selbstständig, erfolgreich, aktiv, hat eine Ausbildung als Volksschullehrerin gemacht, die ihr heutzutage immer wieder sehr hilfreich ist, weil sie sehr viel auch in der Pädagogik arbeitet, insbesondere mit Kindergartenleiterinnen und Leitern und da kann sie all ihr Wissen nutzen und ausschöpfen, bestmöglich. Ansonsten war ich erstaunt, als ich sie kennengelernt habe, in welcher Bandbreite sie eigentlich auch tätig ist und was sie da so für Geschichten erzählt, also von Arbeiten mit dem AMS bis hin zu Eisengießern oder eben auch Vertriebsgesellschaften. Wahnsinn. Musik 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 Musik